Ich heiße Matthias Schiller, bin 33 Jahre alt und komme von Hofer, arbeite in Grumbach in einer Werkstatt, das gehört zu Dominikus-Segartenwerk, Ostberg, und im Rheinstall, also arbeite ich auch noch, also ich habe zwei Jobs. Ich hatte auch eine Krebserkrankung vor zehn, elf Jahren, also das Aufstehen war halt für mich schon schwierig, nachts früh aufstehen und dann, ja, da hatte ich halt ein bisschen meine Probleme. Um Sachen oder Dinge zu üben im Alltag, wo ich mich schwer tue, wie zum Beispiel Einkaufen gehen, haben wir angesprochen, oder das Walltalk haben wir schon mal gemacht. Ich habe ja die Diagnose Aspergerautismus und die ist ja, also weniger, also ich kann mich selber noch versorgen ohne Hilfe. das Autismus selber ist ja anscheinend noch schlimmer abgehört, also wenn ich jetzt zu Hause denke, man muss ja manchmal in Behörden oder so irgendwas erledigen, wo ich mich jetzt da vielleicht weniger auskenne, dafür brauche ich dann wieder meine Mutter zur Unterstützung oder als Hilfe. Oder wie ich hier jetzt einkaufen gehe, üben oder als Warentag, solche Sachen. Ja, das ist dann, ja, da habe ich ein bisschen Probleme, vor allem dann, ich bin ja nicht gerade der Typ, der jetzt auf Menschen zugeht und die anspricht und vor allem, was sage ich und wie spreche ich dich jetzt einmal oder über was kommt man zum Beispiel reden hin. Ja, es hat sich einiges verändert, weil am Anfang war ich so ja geschlossen, kann man sagen, und jetzt habe ich mich mehr auch den Leuten auch geöffnet, weil wir also das Üben vom SKT und auch das Walltalk und das Einkaufen gehen, alles was wir schon gemacht haben, finde ich, ist auf jeden Fall schon besser geworden. Vielleicht mal ausziehen von zu Hause, also wenn ich da mal voran denke, mit Miete und alles und ich habe ja Auto auch noch zu weichen, also da muss man ja schon überlegen, da braucht wir ja Geld für auch noch was für sich, Kleidung, Essen oder was zu trinken. Da habe ich dann schon ein bisschen wie ein, reicht das Geld, kann ich mit dem Geld, ja, umgehen. Und dann, dass ich den Leuten die Karte gebe und eben mein Name, Adresse draufsteht und eben das Autismus. Ja, viele denken vielleicht, der ist komisch oder der ist anders oder der ist nicht normal. Ja, da war halt so ein Parkplatz neben dem Friedhof oder was waren da und da habe ich halt oft geparkt und bin da spazieren gelaufen. und da war der Mann eben mit den Nachbarn draußen standen und hat er quatscht und ich bin halt ganz normal vorbeigelaufen, habe meine Runde gedreht und als ich dann wieder kam, hat der Mann mich dann angesprochen, was da los ist, was das soll. Ich war so auffallend und hätte die Leute beobachtet und ich würde in ihr Holz einbrechen. Ich wollte einfach, einfach meine Ruhe und wieder heim und dann hat er nicht locker gelassen und gemeint, ja, er möchte an die Polizei erlassen. Das ist doch, kann doch nicht sein. Das stimmt, Thomas Faul, hat er gemeint. Und das hat er dann wirklich gemacht und ich habe mich dann schier aufgeregt und gesagt, was das soll. Ich habe doch überhaupt niemand beobachtet, auch wenn es vielleicht vielleicht so aussah. Und ich habe gesagt, ich bin ja bloß in der Runde spazieren gelaufen. Und der hat mich locker gelassen und hat dann die Polizei gerufen. Das ist ein paar Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020